Die Stadtmitte Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dort waren wir gerade von der WMF in den Espit. Und wir sollten immer dieses Busquets ansehen. Wir sind dort überrascht. Ich glaub, wir dürfen auch hier mal ein paar Leute bis jetzt. Ich bin noch gar nicht aufgesomt, ist aber so gut. Es ist nicht so gut hier. Ja, da krieg ich auch immer jedes Monat, da war ich 30 Leute im Moment, aber das war dann ganz wieder ausgezogen. Daran war der Stress. Das war ein Alkohol, wo wir jetzt machen. Weil einer meiner Problematik ist, was neulichst einmal in Liedrecht war, hat halt die Wohnungsgesellschaft, die das Haus war, dann nicht vertreten und deswegen haben wir nicht die Alkohol. Ich hab' keine Parallel vorgeschbracht und dann decken die Paketen, um auf die Freiburg. Dann neulichst du die Chancen? Ja. Boah,有es, kürzlich, dass wir noch nicht innerhalb des Parallel-Fehlers sind. Ja, da ist die Freiburg. Äh, na. Man muss die Dochtern nicht mehr dahin gehen? Ja, zwei Jahre. Ich fange mal an in zwei Jahren. Das ist alles kaputt, ja. Ich hab da wieder rausgeheben und dann wird der Ersatz für die Nachbarn gemacht. Ich weiß, ob ich heute stehen könnte, auch in der Oben. Soweit ist es so. so eine große Röder für sie hinzulaufen. Keine Ahnung, die hängst. Die sind auch mal in Ordnung. Ich mag es nicht, wenn ich sage, wir haben mich dann auch für uns. Da war Backlitz, da. Ja, genau. Das ist ein sehr, das werden wir wieder sehen. Ja, das war wichtig. Das war mit Edith. Weißt du nicht, wir sind. Wir haben das nicht, wir sind. Ja, dann kann es so viel. Wir sind gar nicht, wir haben beide, das sind halbergemäßige Jahre... Und wir sind sicher, aber wir sind nicht, So sieht man hier? Ich bin ein Führer, ein Führer, ein Führer, ein Führer, ein Führer. Nächste Heidestelle von VW. Nächste Heidestelle von VW. Nächste Heidestelle von VW.